Okay du bist da langweilig, ich nehm das Unterwasserlevel, die Fehltiefe. Ich bin Unterwassermensch. Schwäfe ich schon mit Kacke rum? Boah, ich dachte da wär was. Ja, was für Blockaden, ne? Hallo? Alles andere können die zerstören, aber was kann er nicht zerstören? Oh mein Gott, du bist da... Er haut sogar mit seinem Kopf gegen Blöcke. Aber das andere alles kann er nicht machen. Nein. Ne, das schaffe ich nicht, oder? Nö. Na ja, Pixel-Genauigkeit, ne? Ausgetestet. Ausgefappt. Ja. Scheiße, die unten abgehen können. Du stürzt gleich. Verdammt. Ich war so gut. Ich war so gut. Warst du das? Hm. Ich war so geil. Ich war so richtig... ...ordypös, du. Ich war so schwengelisch geil, du. Ja. Alles klar. Hast du wirklich kein Unterwassungs? Es wird alles geflasht. Ich fress diese Schluckröte zum Frühstück. Ja. Ja. Genau. Gibt's hier. Gibt's hier roten Schluckröte. Richtig auf den Arsch. Ja. Ja. Ja, Pilz. Ja. Jetzt haben die beiden Schluckröten es getrieben. Der schmeißt das voll da durch. Der schmeißt das voll am Kopf. Hä? Was machst du? Rutsch einfach drunter. Ach ja. Das ging ja auch. Unter irgendeinem Block ist was. Ich seh das jetzt schon. Unter irgendeinem Block ist was. Ich seh das. Siehst du das auch? Siehst du das unter dem Block? Da. In der Mitte. Der in der Mitte. Ja und? Der. Der ist es. Der ist es. Die Fresse. Der siehst du da ist er. Mach nichts falsches. Nicht nur einmal runterschießen. Wenn du nochmal runterschießt kommen dann diese komischen Fresspflanzen. Okay. Wollte ich einfach mal testen. Aha. Da wären wir wahrscheinlich runtergekommen. Ich dachte man kann da stehen. Alles klar. Alles klar. Wenn ich denke dass ich morgen Jesus bin ne. Denke ich das auch nicht. Das wird nix. Bitte vor zwei. Ja und das ist eine voll geile Zeit. Stunde zehn. Gleich. Hallo ihr geilen schönen Kröten. Na. Ihr habt auch so gleich einen geilen Anzug an wie ich. Oh ihr seid so geile geile Schnitzchen. Schnell die Pilze hinterher. Bist du da. Komm. Da. Den das du am. Ja passt für dich. Hugauga. Huga. 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 Gib her. Bist du behindert. Huga. Hugauga. She confusion. вверxton nohco. Oou. Schneeballschlacht. Sonic the headshot. Schneeballschlacht. 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 Sonic the headshot. ноё. Hab ich schon geguckt gestern. Ich hofft das ich er so schaffte ich schaffte das. Ich bin der Turboman! Ich bin der Turboman! Heeey! Weiß ich. Ich hab' nicht geklatscht. Ich kann da continue drücken. Das eine Level ist easy. Guck wieviel Level das sind. Diese scheiß Welt, ne? Das Level ist easy. Oder Gesterben irgendwo. Satir? Das ist easy. Das ist easy? Ja, das schaust du. Tschüss. Ach warum? Warum lässt du mir die jetzt die Qual? Dass ich wieder fünf Lame ab. Ja und? Hättest du's gemacht, dann hätte ich einen weiter Level gehen müssen. Ah scheiße. Ja. Kacke. Das Spiel macht mich nicht aggressiv. Nein, das Spiel macht mich nicht aggressiv. Nein. Und außerdem guck mal, ob ich dir das überlasse, dass du dir das holen kannst. Wow. Wow. Und ich werd auch eh gestorben. Ne, das hol' ich mir auch noch. Das du nicht. Oh Mann, dieser scheiß Pilzstern immer. Oh mein Gott. Dieser scheiß... Verkackt. Von breiten Grinsen. Der hat zu viele Pilze gefressen, dieser scheiß Stern. Du bist dämlich. Boah, ich muss Ruf des Waldes machen, ne? Ja. Ja. Da war sowas von. Und gleich hörst du. Pfff. Nein. Huah. Huah. Halt ihr Draxau. Und fress die Dinger. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ihr seid so scheiße. Oh mein Gott, da ist ja nichts. So wie du. Pfff. Du bist kacke, jetzt verpiss dich. So wie du. Hu, 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 hu. Geh weg. Das ist meins. Oh, geh. Ich hab Gommi. Nein, ich muss erst den Trick abholen. Ich muss erst abholen, bis er ploppt. Aha. Hier frisst das. Da kommt dein Kollege. Geh weg, geh weg, geh weg. Oh, geh doch weg. Oh, ich kann nicht wegbumsen. Oh, ich kann nicht wegbumsen. Ich kann nicht wegbumsen. Ich bumse euch hin. Wuii. Oh mein Gott. Gehst du? Easy Level. Hab ich doch gesagt. Für dich. Ich bin einfach nur zu doof dazu. Ach, du bist nicht zu doof. Mehr nicht und mehr weniger. Weißt du, was du bist? Mehr nicht und mehr weniger. Mehr nicht und mehr weniger. Nein, du bist mein Versuchstami für die Level immer. Du gehst da rein. Oha, verdammt mein Arm. Tja. Das kommt davon. Aua. So ne Scheiße zu labern. Hallo. Wer hat uns jetzt so weit bis zum Schloss gebracht? Mich? Ja, auf jeden Fall. Du versuchst Kanädchen. Halt die Fresse. Ah, ich muss beim Speichern. Hast du? Ja, hab ich. Oha, mein Musikknochen. Tja. Selbst schuld. Jetzt mach schnell. Ich glaub an dich. Du bist ein Pokémon. Halt die Fresse. Du kannst echt, du musst die ganze Zeit scheiße labern. Das funktioniert. Wuii. Warum ich laber doch sonst auch nicht? Keine Scheiße und schaff das nicht. Halt die Fresse. Du kannst echt, du musst die ganze Zeit scheiße labern. Ah. Ah. Schaust du, schaust du, schaust du, schaust du. Nein, nein. Der Boxi, der Boxi, der Boxi. Eisball. Tschüss. Du musst denken, du wärst ein Pokémon gewesen. Das wär die Antacke Eisball gewesen. Deine Mutter ist ein Pokémon. Nein. Du bist eine gute Köchin. Ich schwör dir, der Boxi. Was machst du denn da? Was machst du da? Nicht? Die Fresse. Was? Pass auf. Lumanda, komm. Feuerwanda, Lumanda. Komm schon. Lumanda, Feuerball. Lumanda, Feuerball. Es wird nix. Oh mein Gott. Los, Lumanda. Komm, Lumanda, Feuerball. Lumanda, Feuerball. Lumanda, Feuerball. Feuerball, Feuerball, Lumanda. Antacke war nicht sehr eifrig. Los, Lumanda, was machst du da? Was machst du? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das penetriert den Anus. Ich weiß nicht, wo du hin musst, ne? Schuss das. Oh, da war kein Block. Da war was. Oh mein Gott. Schau. Haha. Du musst ganz hell scheiße labern. Das ist so behindert, ne? Oh mein Gott. Wir sind im Schloss. Du hast scheiße gelabert und ich hab mich voll konzentriert. Hast du gespeichert? Ja. Controller? Hallo. Hallo Controller. Kannst du mal bitte was machen? Seht ihr schon wieder nicht? Doch da ist er. Nice. Ich speichere wenn ich hier vor bin. Ne, ich speichere wenn ich hier bin. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Look at this. Look at these balls. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Look at this. Beautiful thing at the moment. Machst du jetzt einen auf PewDiePie oder was? Oh PewDiePie. Oh, da kommen Wobbles raus. Wobble, 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 wobble. Wobble, wobble, wobble. Oh mein Gott, ich weiß nicht um was der ist. Brrrrrr. 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 Du willst so wehen. Oh, darf ich laden? Ja. Das war unfair. Darauf konnte ich mich nicht vorbereiten. My friends. It's PewDiePie. Brrrrrr. Was macht der da? Hallo? Mein Kontroll... Brrrr. Mann. Mein Controller ist abgeschissen. Nein, ich will nochmal. Hallo? Mein Controller ist gerade abgekackt. Ja? Wo ist mein Controller abgekackt? Also nicht. In der Zeit probier ich einfach. Warte, jetzt leckt es. Warte, warte. Weißt du? Ich hab doch gesagt, es leckt gleich. Oh mein Gott, was für'n Sound. Jupp. 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 Du musst einfach nur scheißeln. Aber jetzt echt, das funktioniert. Nee, muss ich nicht. Glaub mir, das funktioniert wie ein Rattenarsch. Was machst du da? Wie ein Rattenarsch. Brrrrrr. 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 Okay, ich lade. Du lenkst mich nur ab. Ich lade. Arschloch. Ich lade, okay? Arschloch. Ich lade. Mich hat da volle keiner abgelenkt eben. Hä, was muss ich jetzt hier machen? Hallo? Was muss... Nicht euer Ernst. Nicht euer Ernst. Nicht in das Ding da rein. Okay. Okay. It's PewDiePie. Hallo. Hallo PewDiePie. PewDiePie. Du fliegst nicht. Du fliegst nicht. Oh mein Gott. Nein. Du fliegst nicht. Du springst nicht hier. Oh Mann. Mann. Oh, it's a beautiful. It's a beautiful. Look at this ghost. Look at this ghost. It's a beautiful. Da kommen kleine Wobbels raus. Da sind die Wobbelmänner. Die Wobbelmänner. Wobbel, wobbel, wobbel. Wobbel, wobbel, wobbel. Wobbel, wobbel, wobbel. Wobbel, wobbel, wobbel. Wobbel, wobbel. Alles klar. Der ist nicht gesprungen. PewDiePie. Erinnert mich an Kaiser, die Stanley geladen und speichern. Hallöchen. Hallo. Komm schon, komm schon, komm schon. Das war ja auch das Mieste. Komm schon, komm schon, komm schon. Ach ja, weißt du was ich gemeldet hat wegen Kaiser 2? Ja, ich weiß. Deine Mutter ist ein dreckiges Verkantische. Hat er sich bei dir auch gemeldet? Nein. Aber ich hab mir schon gedacht. Ich geb dir auch 5 Level Vorsprung in Kaiser. Hä? Ich geb dir auch 5 Level Vorsprung in Kaiser. Du hast doch gesagt, du willst kein Kaiser machen. Klar, Mann. Ich zieh dich nachher wieder ab. Ich lass dich vorlaufen und dann zieh ich die ab. Hm. Nicht mal. Hallo, wer hat nachher gewonnen? Du? Aus so einem Zweifel. Ich weiß auch nicht. Ich kam nicht mal weiter. Habs die Penge gekriegt. Oh mein Gott, die Wobbels. Ich sagte, du musst scheiße, aber das funktioniert. Das ist wie Butter auf Toast. Nö. Klar. Ist es nicht. Das ist wie Butter auf Toast. Ja komm, den Laber hier scheiße. Bjudi. Hält der ja so wunderbar. Aber egal, wir sind schon beim Boss, okay? Lad doch einfach. Warum soll ich den jetzt machen? Wie willst du ihn noch machen? Ich lass dir doch auch die Chance wenigstens. Was? Aber weiter lachen über dich. Beauty pie. Wuuu. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Guck mal, jetzt schaust du das aber. Weil du es gleich hinterher nochmal versucht hast. Ich hab doch gesagt, einfach nur scheiße, aber das funktioniert. Nein, du wasch ich jetzt einfach durch. Abgebobben. Speichern. Ich hab gespeichert. Okay, wir können weiter spielen. Oh mein Gott. Nein. Nicht dein Ernst. Lechter Schloss. Oh, was machst du denn da, du blinder Maulwurf? So geil. Ja, komm Schnauze tot. Ja, aber der Hintergrund ist auch immer gleich, ne? Ja, aber der Hintergrund ist auch immer gleich, ne? Du musst den Boss jetzt machen, ne? Ich hab die drei Schlösser gemacht, ne? Du musst den Boss machen. Willst du mich verarschen? Oh nein. Oh nein. Oh nein. Wo will das Ding hin? Oh mein Gott. Kommst du wieder her? Look at this beautiful ship. Look at this. Hm. Ist so wundervoll aus Holz. Hm. So geiles Holz. Riech an dem Holz. Ein gestärter Vogel. Oh mein Gott. 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 Wo willst du hin? Weiß ich doch nicht. Da wollen wir wahrscheinlich gleich nicht mal rankommen. Ja, bestimmt. Babim, babams, babam, babam. Wo ist er? Mal gucken. Lad mal. Weißt du wo das lädt? Schloss? Hm. Quatsche. Im Speichern. Hä? Du musst ja immer noch zum Schloss zum Ding laufen. Ich speichere, wenn du mit dem gequatsch hast. Warte mal. Mach auch so nochmal. Ich speichere, wenn du oben auf dem Schiff bist. Ja. Weißt du warum? Dann rutscht das nämlich nur einmal weg. Und zweimal nämlich. Speichere jetzt mal. Nein, warte. Wenn du oben bist. Ja. Du und Scherz und ein riesen Zink. Riech an dem Holz. Riech an dem Holz. Das bringt Glück. Look at this. Riech an dem Holz. Guck das Holz an. Riech das Holz vom Schiff. Riech es mit dem Zink. Riech es mit dem Zink. Riech. 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 Das schaust du nicht. Riech. 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 Ich hab mich grad so verschluckt beim Reden, ne? Riech. Alter Schwede. Riech. Riech. Warte mal. Was machst du da? Riech. Oh Mann, so ne Pappnase. Riech. Der bescheuigt nicht so viel labern beim Futtern. Alter, der bin so verschluckt, ne? Riech. Nicht so viel labern beim Futtern. Riech. Riech. Vollidiot. Riech. 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 Mein Hals, der tut grad so ein bisschen weh, ne? Du hörst ja so ein bisschen heiser an. Ja, da musst du grad voll richtig husten. Husten. Ich hab grad alles rausgenommen, was bei mir aus der Lunge war. Oh mein Gott, du verkackter Scheiß. Wo muss ich eigentlich hin? Da definitiv nicht lang. Pass auf, startet sofort, ne? Ja, ja. Ich seh's doch. Och, riecht das verbrannte Holz. Riecht das verbrannte Holz. Riecht das verbrannte Holz. Riecht das verbrannte Holz. Schaust du nicht. Halt die Fressen. Du schaffst sie bis hinten hin durchzuspringen. Was? War das? Was? Fuck. Voll die Flamme wieder rein. Ja. Du dachtest, wir sind heißer Luigi, ne? Mhm. Na sicher doch. Alter, ich muss... Moment, ich muss weinen gerade. Dann wein doch. Du bist so heiß. Ich weiß. Du bist so heiß. Jetzt weiß ich nicht, wie man da hochkommen soll. Warte einfach. Ich hätt, ich hätt noch gewartet. Nö. Aber du bist gar überrascht, denn du hast einen weiteren Speichelpunkt gehabt und schon noch weiter gleich. Nach dem vor den Flammen ist das... Vor den Flammen, wo ist das? Das hast du doch extra gemacht. Wißt du? Geiler Speichelpunkt, oder? Du hast alle drei Leben. Wo immer? Hm? Bleh. Und das hab ich gesagt. Guckt sich diese wundervollen Flammen an. Oh, sie sind so heiß. Sie sind so geil. Heiß wie ein Vulkan. Bitte. Jetzt warte mal eben. Fuck. Ich wollte da draußen stehen bleiben. Hätte ich jetzt auch gesagt. Du bist so heiß wie ein Vulkan. Na na na. Ich schaff das Level noch. Danach ist das Ende. Alter, meine Stimme ne. Die Stimme ist grad voll im Arsch. Welches ist das jetzt eigentlich? Welche Welt? Sechs. Sechs? Da haben wir ja noch drei vor uns. Ja so... Wo ich zum letzten Mal gespielt habe. Da waren es neun Welten. So da hab ich bei der Welt fünf, In Wolkenlevel habe ich die Flutter eingesetzt und bin in Level 9 angekommen. Ich weiß jetzt nicht ob Level 9 Bonuslevel ist. Okay. War das im ersten Teil oder war das hier wo ich so... Ne im ersten Teil war das wo ich die Warp-Röhren genommen hab ne? Ne ne. Im ersten war das. Ne wo ich die Warp-Röhren genommen hab meine. So ja. Ja genau. Das war diese Vöte wo du die Warp-Röhren nehmen konntest. Und das geht bei der Wolkenlevel. Du renn wie ein Vulkan. Und Wolkenlevel ist das einzige wo du ins Neunte kommst. Okay. So und ich warte jetzt mal hier. Ja. Wie vermutet. Ich muss da hin. Tschüss. Bin ich ein Quatschmännchen ey. Quitschmännchen. Quitschmännchen. Laden. Ja. Hab ich grad vergessen. Ja.